Ja, heute habe ich extra für euch sämtliche Kostum-Müden natürlich vermieden. Nein, nein, Spaß. Hornström hat eine neue Granny-Animation online. Das heißt... Deshalb ohne viel Blabla, Granny the Horror Game Animation and Baldi's Basics Number 2 Granny and Baldi Play. Ich finde ja auch ziemlich cool die Animation von ihm. Patsch. Ah ja, da kann ich mich nur daran erinnern. Ah, ist das der Bolli? Das ist der Bolli. Der Schrei. Schlochel. Sehr schlau gelöst. Aber sie wird ja immer noch in den Strudel zogen. Hä? Was? Ist das Scrappling Hook? Oh, das tut weh. Oh, ho, ho. Der Hotspult ist verging alles. Er ist den Kopf an. Oh, sie kommt weiter. Wasser weg. Oh, oh. Batsch. Batsch. Jetzt geht's weiter. Was schon weg? Oh nein, Playtime. Oh, wie ich das Kast hab. Willst du spielen? Au, ho, ho. Granny ist ganz schön brutal. Okay, das ist der Blick von Granny Kopf. Oh, jetzt hast du dich aber Zeit lassen, Playtime. Vor allem, wie lang das auch immer. Was macht der Bolli da? Oh, oh. Was passiert? Was macht Granny? Oh, oh, ohho, ohens! Au. Arme Bolli. Man kann doch alles werfen, wenn man will. Was, sie arbeiten zusammen. Oh weh. Ja, der sieht ein bisschen mitgenommen aus. So, so ein kleines bisschen. Manf? Da mag einfach die Fliege sein. Der ist K.O. Granny. Baldi? Irgendwo? Sie hat Baseballschläger. Ach so, den Bulli verstecken. Okay, kann man machen. Aber Baldi ist nirgendwo zu sehen. Was hat sie gesehen? Voll, dass sie mal zusammenarbeiten weiß. Oh weh, da ist er. Der hat doch... Sie hat so viel Chancen gegen ihn. Ich find die andere schon echt richtig cool. Ein Arzt in Kraft? Danke. Oh, teleportieren. Oder? Nö. Geht erst, wenn du alle acht Notebooks hast. Hat sie noch einen Quarter? Oder vielleicht der Bulli? Au. Das war jetzt unnötig. Oh oh. Und jetzt ist er gleich weg. Weil Prinz will, dass er mitnimmt. Oh, da ist mal wach der Bulli. Puh. Einfach mal ein Käsehackstum oder nein ins Gesicht. Hast schon recht. Und immer am schönsten. Moment. Endes. Mit Baldi. Der näher kommt. Ah. Reaktion Nummer 2. Scary Baldi Spasics. Opinions. Meme. Hey. Glotzen wir mal. Wo es dies wird. Es kann vielleicht sein, dass die Musik ein bisschen ausmacht. Daweil. Dieser Baldi. Wieso bewegt sich die Maus? Los dies Maus. Ja, da ist ein Coin. Oh, es kann doch so sein, dass sich wahrscheinlich komplett die Musik rausschneit. Also, das ist ein... Now all you need to do is... Get out while you still can! Steht der Sch... Alte! Dieser Blick von Baldi. Okay, ist ein bisschen nett gemacht. Boah, wenn Baldi im Spiel auch so aussehen würde, hey. Hi, Playtime. Hi. Okay, ich sag mal, mit der anderen Musik, die ich jetzt einfüge, wird es wahrscheinlich nicht so epische sein wie sonst, aber... geht nicht anders. Ja, das ist der beste Freund dann. Das ist pretty much my life in Baldi's Basics. Da kommt jetzt noch was, oder? Brauenherz. Ist wieder Playtime. Und der Bully. Und da ist er boah... Kracht er halber durch die Wand? Boah, schaut's mal, wie traurig sie schaut. Schneid einfach durch! Ja, toll. Playtime freut sich jetzt. Und toll, wir spielen jetzt mit Playtime. Und Baldi ist auch noch da, weißt? Das ist sehr schlau für dir, Kollege. LOL! Boah, jetzt fang da... Boah, jetzt fang da... Boah, jetzt fang da... Was ist jetzt, was man macht? So was will ich in Baldi's Basics sehen! Das richtige wrestlen dagegen Baldi. Das wär was! Oh nein. Ich spitze mit Baldi. Das wär auch mal lustig, das so zu sehen! Wenn Baldi das auch mal mitspielt. Was passiert da? Hat er was getrunken? Ah! War's B-Soda! Warum pflichten wir mit Playtime? Müssen wir das? Dürfen wir das? Wievielte Seite war... Ah! Okay, das war die finale Seite. Das hat man gerade bei Baldi gesehen. Ah, sucks! Das hat... Ja. Baldi. Boah! Wie der Herrdus kam, weißt! Leider hat er es nicht geschafft. Ein... Das ist schon ein bisschen hart jetzt. Das ist echt hart. Er hat sich glaubt für uns. Price... Äh... Boah, ich weiß nicht mehr... First Price, jetzt. Ja, und das waren die zwei Reactions. Also ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die Musik vom Video drin lasse. Ich teste vielleicht einfach mal aus, ob das klappt. Wenn nicht, dann haue ich halt eine eigene Musik drunter. Ist zwar dann nicht so geil, wie es... Wie es halt im Video rüberkommt würde. Mit der Musik im Video. Aber... Ich mache das Beste draus. Ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Deshalb habe ich mir Folgendes gedacht. Ich habe da immer auch mal Nachrichten bekommen. Es gibt ja einen aktuellen Trailer zu FNAF Twisted Movie. Den schauen wir uns heute auf jeden Fall noch an. Weil... Weil ich grad so in Reaction-Laune bin. Ich würde sagen... Play! Ist auch schon ewig lang her mit Twisted... Äh... Movie. Wow! Geht alles Bach runter, ey! Alter! Alter! Weg damit! Wow! Wie schaut Chica mittlerweile aus? Was... Was sind das jetzt? Das sind doch jetzt keine... Du willst mich sagen... Das ist... Auch in dem Tonics... Es sind aus wie Roboter... Ja! Es sind Roboter... Ja! Ich weiß! Aber ganz komische... Aber ganz komisch... Äh... Äh... Aber es sehen aber auch eher wie Menschen aus... Wo halt... Äh... Äh... Weiß nicht! Es sieht nicht wie so klassische Animatronics aus... Okay, DAS... War Twisted Barney... Wow... Wollen sie dann den Faktionspark in die Luft jagen? Es sind rund sechs Stunden, seit der Polizistief Berg auf den Weg ging... Er nahm 20 sehr arme Menschen mit ihm... Und hat den Fazbear World-Amusement-Park... Habe ich was verpasst? Der zweite Twisted Movie... Habe ich irgendwas verpasst? Wo ist der erste? Ich glaube, ich habe da was nicht angeschaut... Also... Es ist jetzt echt eine Weile her mit... Äh... Das wundert mich jetzt grad... Habe ich mir den schon angeschaut? Ich weiß es nicht... Dann lass es heute aber definitiv gut sein... Es haben wir drei Reactions heute in einem Video gehabt... Zweimal Baldy... Und jetzt... Naja... Auf den neuesten Twisted Movie freue ich mich auch auf jeden Fall... Das sieht richtig nice aus... Auch wenn die Animatronics dann ein bisschen komisch ausschauen... Aber ich lass mich überraschen... Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt... Bedankt mich bei euch natürlich fürs Zuschauen... Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich immer ein Abo freuen... Und ich wünsche euch einen schönen Tag... Macht's gut!